Mahlzeit! Tag! So, was darf's denn sein? Ja, hör mal, Chef, ich brauche so ein Ersatzteil für meine Karre, ne? Was denn genau? Einen 7-10er-Deckel. Bitte was? Einen 7-10er-Deckel? Soll ich denn buchstabieren oder was? Ähm, was genau sollen das sein? Sag mal, bin ich hier in der Werkstatt oder in der Pommesbude? Einen 7-10er-Deckel gibt's nicht. Ich glaub, mein Schweinfurzlapaloma! So ein Teil ist von jeder Karre eingebaut! Hier! Das ist ein 7-10er-Deckel, du Gimpel! Ja, ne, ist klar. Ha, also, geht doch! Verdammt noch mal! Bist du immer noch aufgeregt? Naja, hat sich gelegt.